Im Takt zum Aber-Hit-Stange-Live wurden am Donnerstag auf dem Lausitzer Platz Übungs-Dummys reanimiert. Anlässlich der Woche der Wiederbelebung waren Passanten und Schaulustige auf dem Wochenmarkt aufgerufen, ihre Erste-Hilfe-Kenntnisse aufzufrischen mit praktischen Übungen und unter professioneller Beratung. Oberarzt Heiko Sare vom Seenland-Klinikum und sein Team schulten freiwillige Probanden in der Herzdruckmassage und gaben lebensrettende Tipps zum Verhalten in Notfallsituationen.